Grüß Gott meine Lieben, heute präsentiere ich euch den neuen Kokolino. Das ist sowas von geil. Das ist der beste Sommerkäse ever. Dazu gönne ich mir eine Flasche Moet-Eis. Das ist im Sommer der beste Begleiter. Der lässt dich nie ein Stück, wenn du alleine bist oder bei Partys. Ich zeige euch jetzt, wie ich den am liebsten genieße. Ganz wichtig beim Eis, Champagne-Eis. Für heiße Sommertage die beste Erfrischung und jetzt kommt das beste, frische Minze. Den genieße ich dann zu unserem neuen Kokolino. Euer Crazy Cheese with Coco. Ich kombiniere den mit unserem Ananas-Dip. Und ich sage euch was, diese geile Kombination ist sowas von geil. Die bekommt ihr nicht einmal in Honolulu oder in Jamaika. Bleibt zu Hause, genießt den Sommer mit unserem Kokolino und unserem Ananas-Dip. Absolut delicious. Ich kann euch sagen meine Freunde, ihr braucht es nicht nach Honolulu, nicht nach San Tropez. Bleibt zu Hause, bestellt euch den Kokolino, bestellt euch eine Flasche Ice Imperial, die Ananas-Chutney. Genießt den Sommer, so wie ich meine Lieben. Prost! Absolut delicious. Und I'm in love with the Kokolino. The Crazy Cheese Manufacturer. Shop now at crazycheese.com